herzlich willkommen allerdings muss ich dazu sagen ich war damals auch schon sehr langsam also pvp ist nicht so mein ding alles andere ist kein thema aber bei pvp habe ich immer verkackt aber ansonsten ist alles gut ja der spaß war auch dabei jeden 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 jedenfalls für wir schauen wir mal so übliche erst mal gucken truhe siehst du taschengeld aufbessern wohl dankeschön so vielleicht nur noch kann ja manchmal auch sein dass noch noch eine da ist so aber das war doch woanders was denn ich gar nicht da oben gezeigt nur dahinten ich wollte doch mal gucken sich wieder vergessen ich habe doch überall stehen wie die gleich die gleiterung ich wollte doch gucken ich habe doch ein bogen ich würde ich mir doch mal angucken wenigstens kein bogen ich hätte gedacht ich habe ein bogen gekriegt oder könnte ich die nicht mitnehmen weil alles voll ist was das reichweite die hatten zum anfang die hat man ganz am anfang wenig schaden aber auch so reichweite war auch nicht so besonders ich kann platz machen jetzt guck scharfschützengewehr das lasse ich natürlich noch habe ich sie nicht zweimal so 13 68 alles doppelt und dreifach verdunklung rotflänkte 70 56 die muss ich lassen so 70 56 schrotflinte noch eine schrotflinte die schrotflinte glaube ich denn 13 98 eigentlich nicht durch 13 98 ist auch vieles damit guck mal da wo auch viermal 14 14 15 14 37 ich weiß ich So, 14, 37, 14, 15. Das ist auch so einer. 14, 10 Kilchträger. Noch einer. Regina! 14, 26. 55. 55, 57. 26. 14, 37. So, was ist das? So, das lassen wir hier nochmal gucken. So ungefähr von jedem was haben. Wo sind wir hier? Handvolle Waffe. So, hier sind auch doppelt. 80, 29. 13, 65. 70, 60. Was ist das? Impulsgewehr. 70, 60. 34, 38. 34, 38. 30, 31. Schlagkraft 21. 21. 14.17 Ein bisschen aufräumen hier. Und den haben wir an, 1388. Das weiß ich nicht, Energie, 1440, 1350, die noch mal gekauft. Nein, das heißt ja nichts. So, 14. 14, nein, wo ist in der Höfste jetzt? 14, 6, 1440. Weg. Wie gesagt, wir sind doch am Anfang. Ich schätze mal, da wird das nicht ganz so viel ausmachen. So, was haben wir hier? 14, 19. So, jetzt sind wir hier. 14, 13. Ich habe hier eine frische Vorhutwarnung. In der Nähe scheint es ein Glimmer-Extraktions-Team der Gefallenen zu geben. Ja, bestimmt. So 14, 23. Das ist ein Glimmer-Extraktions-Team. Das ist ein Glimmer-Extraktions-Team. So, hier haben wir Raketenwerfer dazu. Granatwerfer. Fusionsgefähr. Automatik-Scharfschützen-Niveau. Schrotflinte und... Schrotflinte und... Hanffeuerwasser. Schrotflinte. Schrotflinte.